Soll ich das halten oder holen Sie es so? Oder an den Tisch, so wie die Anlesung vorgeheben? Viel Spaß und danach geht es wieder mit Musik weiter. Hallo zusammen, ich bin Friedrich Nassirku und komme aus dem Iran. Heute möchte ich wegen der unangenehmen Situationen durch Krieg und Unsicherheit in der Welt zwei Gedichte von der herzischen Dichter Hafez und Amazamlu in Deutsch verlesen. Das Wohlwollen zweier Welten bedeuten diese zwei Worte mit Freundlichkeit, mit Feinde Menschlichkeit. Zweite Gedichte von Amazamlu. Eines Tages werden wir unsere Friedenstauben finden und Freundlichkeit wird wieder entstehen. Die verschlossenen Türen werden geöffnet und in die Herzen der Menschen kehrt Liebe ein. Wenn das Herz sich öffnet, entsteht gegenseitige Liebe vor allen Menschen. Wenn die Lippen sprechen und der Tone wie Musik ertont. Ich warte sehnsuchtig auf den Tag, an dem ich unsere Freundestauben wieder füttern darf. Meine Sehnsucht wird mich begleiten bis an meine Lebensende. Vielen Dank.